Jeden Monat haben Kanalmitglieder exklusiv die Möglichkeit, bei unserem Kanalmitglieder-Stammtisch mit den Persönlichkeiten und Stars der Formel 1 zu sprechen. Und vergangenen Monat war Just Capito bei uns zu Gast. Der ehemalige Williams-Team-Chef hat sich Zeit für eure Fragen genommen und unser Kanalmitglied Chris hatte die erste. Geht um den Unfall von George Russell und Walter De Bottas 2021 im Imonat. Ich meine mich zu erinnern, dass Toto Wolf nach dem Rennen ja auch unter anderem so etwas gesagt hat, dass das Ganze unnötig war. Auch weil Russell sich in einem Williams befindet und das andere Auto vor ihm ein Mercedes war. Ich habe das damals in dieser Aussage als etwas überheblich empfunden. Wie hast du die Situation damals gesehen? Also ich habe es so gesehen, dass der Bottas leicht gezuckt hat. Und wenn man leicht zuckt bei dem Tempo um die 300 oder über 300, dann kann der hinteren nicht warten, bis sie wirklich das Auto bewegt. Wenn der sieht an den Rädern, da passiert nur irgendwas, wo er sich wirklich drauf konzentriert, der George, und er sieht und muss sofort reagieren. Dann kann er nicht warten, macht er wirklich oder macht er nicht, weil sonst ist es zu spät. Und dann ist es eine Katastrophe. Ich habe zum George vorher gesagt, hör zu, ich will, dass du überholst. Wenn du überholst, kannst du überholen. Und nach dem Unfall habe ich ihm gesagt, du hast alles richtig gemacht. Die Lücke war da, du musstest da rein und du konntest nicht dazu, weil der Walter die gezuckt hat. Und das habe ich gesehen, du hast alles richtig gemacht. Und zum Glück ist nichts passiert. Natürlich, das ist das Wichtigste. Aber ich habe ihm gesagt, du hast alles richtig gemacht und du musst dich nicht dafür entschuldigen. Das darfst du gar nicht erst anfangen, damit verlierst du den Respekt. Du musst sagen, ich habe die Lücke gesehen und bin da reingefahren und ich bin Rennfahrer und das ist nochmal so. Und wenn da eine Lücke ist und ich sehe eine Chance und ich die nicht nutze, dann bin ich kein Rennfahrer. Und ich glaube, seine Art ist, dass er erfolgreich ist und dass er wirklich bei Mercedes ist. Und auch vom Hamilton, er hat natürlichen Respekt, aber er hat keine Angst und er gibt da auch nicht nach. Und das ist seine Art. Und wenn man sich dann für sowas entschuldigt, habe ich gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Das war nicht in Ordnung. Ihr wolltet natürlich auch wissen, Jost, wie war das eigentlich mit deinem Aus bei Williams? Wurdest du rausgeworfen? Hast du gekündigt? War das geplant oder nicht? Jost Capito hat uns nochmal in das Geschehen mitgenommen und uns erklärt, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das zwei Jahre machen will, eventuell drei. Und es hat sich dann abgezeichnet, dass nach zwei Jahren war die Basis gelegt. Und am Anfang muss dann jemand reinkommen, der im Prinzip den bösen Buben spielt. Weil es muss mal aufgeräumt werden, es muss mal mit einem harten Besen durchgekehrt werden, es muss umstrukturiert werden und damit macht man sich natürlich nicht nur Freunde. Aber das ist so. Und ich sage, dafür bin ich auch zurückgekommen. Ich wollte ja eigentlich in den Ruhestand. Und ich sage, das kann ich zwei Jahre machen und kann dann in den Ruhestand gehen. Und wenn dann die Basis gelegt ist, dann kann jemand kommen, der dann den Goodboy spielt. Der die Basis übernehmen kann, kann darauf aufbauen und ist dann eben der Gute. Der muss nicht mehr mit einem starren Besen durchfegen. Und ich glaube, das hat sich so ergeben. Und ich denke auch, das ist richtig, wenn man das so sieht. Ich schätze den James Rouse sehr. Ich habe mit ihm gut zusammengearbeitet in den beiden Jahren. Er hat ja auch die Fahrer betreut. Und wir hatten ja die gemeinsamen Reservefahrer. Und ich habe sehr gut mit ihm gearbeitet. Wir sind öfters abends zusammen essen gegangen. Und ich denke, es ist genau die richtige Wahl. Und er hat den Aufstieg verdient. Und es war auch die richtige Zeit. Er musste jetzt was anderes machen. Und daher hat sich das so wirklich super ergeben, dass das nahtlos so funktioniert hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du der Badboy bist. Hast du ein zweites Gesicht, das du uns nicht zeigst in der Öffentlichkeit? Ich würde nicht sagen Badboy. Das ist nur, wenn man Entscheidungen treffen muss. Die kann man ja immer noch mit Empathie treffen. Und man muss ab und zu auch harte Entscheidungen treffen. Das ist so. Dafür ist das Geschäft zu hart und zu fordernd und auch zu schnelllebig. Man muss harte Entscheidungen treffen. Aber man muss die harten Entscheidungen begründen können. Es muss auch, wenn es jemanden betrifft, der muss verstehen, warum die Entscheidung so zu fallen ist. Und dann geht das. Was ich nicht machen würde, ist einfach irgendjemanden rausschmeißen ohne einen Grund. Nur weil mir die Nase nicht passt oder sonst was. Sondern es muss einen wirklich guten Grund geben, wenn man umstrukturieren muss. Und dann, es gibt natürlich auch Charaktere, die nicht zum Team passen. Und das hilft dann weder dem Team, noch dem Chef, noch dem Mitarbeiter. Und da wird keiner glücklich. Und es gibt dann andere Möglichkeiten, wo man dann dazu passt. Und ich denke, wir haben das auch immer so geregelt, dass das auch die übrige Firma dann nicht nur der Betreffende, sondern die Firma an sich verstanden hat, dass es die richtigen Schritte waren. Aber die sind trotzdem hart. Für viele Fans war nicht erst seit dem großen Preis von Abu Dhabi 2021 klar, Nikolas Latifi hat vielleicht nicht die wirkliche Qualität für die Formel 1. Trotzdem war er lange Jahre bei Williams unter Vertrag. Lag das eigentlich nur daran, dass Papa Latifi so viel Geld in Williams investiert hat? Das wolltet ihr von Just Capito wissen. Und auch, ob Logan Sargent wirklich der richtige Mann für Williams ist. Nikolas hat einen Drei-Jahres-Vertrag. Und sein Vater hat auch dafür bezahlt. Und zu einer Zeit, wo es Williams wirklich sehr schlecht ging. Und das hat dazu beigetragen, dass Williams überlebt hat. Und auch wenn ich nicht da war zu der Zeit, dann respektiere ich das und muss das absolut wertschätzen. Weil ansonsten hätte Williams eventuell gar nicht überlebt. Und der Nikolas ist in 2021 wirklich auch sehr gut gefahren. Man weiß, dass der George absolut ein Ausnahmetalent ist. Und der George konnte immer noch mal zwei, drei Zehntel finden, die eigentlich aus dem Auto nicht rauszuholen waren im Qualifying. Und wenn der Niki zwei, drei Zehntel dahinter war, dann hat er das Auto auch wirklich gut gefahren. Und er hat auch sehr gute Rennen gefahren. Nur als der Vertrag nach drei Jahren, also Ende letztes Jahr, ausgelaufen ist, wenn man das Team dann nach vorne bringen will, man muss auch mal Änderungen machen. Nach drei Jahren muss man sich eigentlich überlegen, dass der neue Besen kehren gut. Und dazu ist dann gekommen, dass der Logan Sargent, den wir natürlich unterstützt haben in der Formel 2, den wir schon vorher auf dem Schirm hatten, der dann in der Academy war. Und man hat gesehen, speziell Silverstone, wo er ein sensationelles Wochenende hatte letztes Jahr. Ich glaube, es war Silverstone. Wo man gesehen hat, dass er fahrerisch in der Lage ist, ein Formel 1 Auto zu fahren. Meine Philosophie ist immer, man muss einen jungen Fahrer so früh wie möglich ins Formel 1 Auto setzen und ihm dann die Zeit geben. Weil dann ein zweites Jahr in der Formel 2 lernt er überhaupt nichts dazu. Er wird eigentlich nur ein Jahr älter. Wenn er in der Lage ist, von der Technik her, vom ganzen Umfeld in der Formel 1 zu fahren. Und das hat man gesehen, dass er das kann. Und daher war es richtig, ihn möglichst früh ins Formel 1 Auto zu setzen, weil alles andere wäre vertaner Zeit. Dazu kommt die Situation bei Williams, dass man kein Top-Auto hatte. Und ganz klar ist, dass man in diesem Jahr und nächsten Jahr bis 26 oder bis 25, solange es das Reglement geht, nicht um die Meisterschaft fahren kann und wahrscheinlich auch nicht um Podium. So als einfach die Infrastruktur noch nicht da ist und weil es einfach noch nicht möglich ist. Dafür hat man auch zu wenig Leute noch. Und dass man in der Zeit das ideale Zeitpunkt ist, jemanden jungen Fahrer aufzubauen, ihm die Chance zu geben und dann in 25, 26, dann hat er zwei, drei Jahre Erfahrung und ist dann auf einem Niveau, wo er wirklich was reißen kann. Und daher war das jetzt absolut der richtige Zeitpunkt, den Logan in diesem Jahr als Auto zu bringen. Die Gerüchteküche brodelt aktuell, die Silly-Season läuft. Ein Name, der immer wieder mit Williams in Verbindung gebracht wird, ist Mick Schumacher. Der aktuelle Test- und Entwicklungsfahrer und Ersatzfahrer bei Mercedes steht hoch im Kurs beim Team aus Grove. Er könnte Logan Sargent 2024 ersetzen, wenn dessen Leistungen weiter unter dem Niveau bleiben, was man sich bei Williams wünscht. Das wolltet ihr natürlich auch wissen. Just, was glaubst du? Mick bei Williams, könnte das passen? Ich glaube, das relativ schwierig ist, weil ich denke, der Alex sitzt fest im Sattel und ich denke nicht, dass irgendeiner ein Alex loswerden möchte bei Williams. Und Logan macht auch keinen Sinn zu ersetzen, weil man sieht, er ist auf einem guten Weg. Er wird im Qualifying besser, wird im Rennen besser. Es sind jetzt viele Strecken, die er nicht gekannt hat. Und ihn zu ersetzen, jetzt oder nach dem ersten Jahr, würde meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn machen. Also daher sehe ich das sehr schwierig bei Williams. Es ist ja auch so, dass die Besitzer von Williams sind Amerikaner. Der amerikanische Markt ist sehr wichtig für Dorrington. Und Amerika ist ein sehr wichtiger Markt für die Formel 1. Und im Moment ist Williams das einzige Team mit einem amerikanischen Formel 1-Fahrer. Und ich denke, das ist auch ein Plus für Williams im Moment. Daher sehe ich es für einen Mick, so leid es mir tut, wirklich schwer. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch mehr zu hören über diverse andere Themen, wie zum Beispiel Alex Elben, warum man bei Red Bull nicht ganz so fair mit ihm umgegangen ist und warum es Just Capito so wichtig war, den Briten zu Williams zu holen. Und was es mit diesem Brezellenkrad von Williams auf sich hat und wann man denn endlich mal ein Display im Lenkrad hat und nicht mehr nur darüber. Das Ganze für 3,99 Euro. Einfach mal testen, einfach mal dabei sein mit einem Kanalmitglieder-Stammtisch und mit den Persönlichkeiten der Formel 1 quatschen. Und ganz wichtig natürlich dann mit uns allen, uns allen Fans und einem schönen Abend zu verbringen bei einem Gläschen Wein oder Bier. Ich freue mich auf euch beim nächsten Kanalmitglieder-Stammtisch. Bis zum nächsten Mal.